Wie zufrieden bist du mit deiner Haartransplantation? 10! Ja, sieht man! Ailton, auf einer Skala 1 bis 10. Wie glücklich bist du gerade? 9! 9! Wie sehr vermisst du die Stadt Bremen? 10! Wie fit bist du gerade? 10! Wie zufrieden bist du mit deiner Haartransplantation? 10! Ja, sieht man! Stichwort Werder-Legende, wenn Pizarro eine 10 ist, was bist du dann? 10! Auch eine 10? Ja klar, natürlich! Ja, natürlich, selbstverständlich! Wie viel Liebe hast du noch für Thomas Schaaf? 10! Wie viele Tore schießt Pizarro noch in dieser Saison? Noch ein... 7! Wie viele Tore würde Ailton noch schießen? 8! Wie fies war das Dschungelcamp? 6! Wie gut wurde es bezahlt? Skala 1 bis 10! Ja, 8! Wie handysüchtig bist du eigentlich? 7! Wenn du im Meisterjahr 2010 eine 10 warst, was ist Milot Rashica jetzt? 8! Was hältst du eigentlich vom Videobeweis? 4! Also abschaffen? 3! Ailton, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast! Danke schön! Danke!